Hallo Heiti, hallo Thomas. Ich bin immer wieder begeistert über eure Reisen und bin deswegen ja auch schon das dritte Mal mit euch zusammen unterwegs und die nächste Reise im nächsten Sommer ist auch schon wieder geplant. Ich bin begeistert davon, wie ihr diese Reisen organisiert und wie ihr es schafft, abseits der touristischen Wege uns Kultur, Menschen, die Menschen des Landes nahe zu bringen und zwar hat man das Gefühl, ihr macht es mit ganzem Herzen und deswegen kann ich wirklich diese Reisen nur empfehlen, die ihr beiden veranstaltet.